Hallo und herzlich willkommen zu einem recht kurzen Video, ihr seht es schon, das ist mal gerade drei Minuten lang oder so. Aber es ist einfach sehr warm, sehr schönes Wetter. Gestern zum Beispiel kam ja gar kein Video, weil ich... Warte, wie lange hatte ich Schule? Okay, Schule hatte ich jetzt nicht so lange. Aber dann musste ich erstmal noch hier im Garten arbeiten. Ja, das ist sehr schlimm bei der Hitze. Rasen mähen durfte ich und das interessiert euch auch gar nicht und danach war ich im Freibad, das interessiert euch auch nicht. Aber ich hatte einfach nicht so Zeit und Lust, noch ein Video gestern zu machen. Aber, naja, beschwert euch beim Wettergott oder so, weil, ja, der ist halt dran schuld, falls es den denn gibt. Und das hier ist ein Gameplay, das habe ich glaube ich schon mal gezeigt vor... ...zehn Monaten. Das heißt, kennt wahrscheinlich fast gar keiner. Aber der Anlass passt eigentlich perfekt, denn damals, als ich das Gameplay hochgeladen habe, habe ich gesagt, dass ich nach Berlin fahre. Jetzt die kommenden Tage oder die kommende Woche. Und genau das mache ich jetzt wieder hier mit dem Gameplay. Denn ich werde wieder nach Berlin fahren zu den GGC-Leuten, die ihr vielleicht schon aus den Real-Life-Videos kennt. Da werde ich dann für eine Woche sein, von Sonntag bis Sonntag. Und, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, in der Zeit werde ich dann schauen, was ich... mit Videos und so... Wir werden bestimmt Real-Life-Videos machen. Wir werden vielleicht auch andere interessante Videos machen, wer weiß. Vielleicht fällt uns ja was ein. Und das werdet ihr dann zu sehen bekommen. Vielleicht machen wir auch einen Livestream, ich weiß nicht. Ähm, wir werden wahrscheinlich nicht so viel Zeit mit Zocken verbringen. Aber wenn, dann kann man bestimmt auch mal einen Livestream machen für euch. Und, ähm, ja, so viel gibt es da eigentlich gar nicht mehr so zu sagen. Nur, ja, mit den 30 Tagen, 30 Videos hat jetzt nicht so gut geklappt. Ähm, aber, ja, kann man nichts machen, ne? Ist ja auch jetzt nicht so der große Deal, nicht so der Big Deal. Ähm, und ja, was macht ihr so bei dem schönen Wetter? Also, geht ihr eher so ins Freibad, geht ihr irgendwie gern an Fluss, an See oder so? Bisschen was trinken, bisschen grillen oder so, mit so einem Einweg-Grill. Oder was macht ihr gern? Also, ich war jetzt eigentlich nie der Typ, der so oft ins Freibad gegangen ist. Aber, ähm, dieses Jahr eigentlich schon. Ich war zwar jetzt erst einmal da, aber das hat sich auch nie vorher so ergeben. Äh, dieses Jahr, weil es noch nicht so warm war. Und wenn ich dann den Zeit hatte. Ja, aber ich chill auch gerne einfach nur auf dem Balkon. So, wenn ich aus der Schule komme. Oh, guck mal, da hab ich einen Headshot mit der AC gemacht. Ja, ja, noch vier bis zur Waldtarnung. Ähm, ja, wenn ich so aus der Schule komme, dann bin ich meistens so kaputt. Dann möchte ich einfach nur mich ein bisschen auf dem Balkon chillen. Und, guck mal, da waren mal grad 5000 Punkte. Eigentlich hätte ich in der Theorie noch einen Nuke erspielen können. Aber das funktioniert nicht, weil das nicht so schnell geht. Das funktioniert nur bei diesem Anfangs-Rush, dass man rüberrennt und sich die Killt und nur dann funktioniert das so schnell. Äh, ich spiele übrigens momentan gar kein MV2, deshalb hab ich gar keine neuen Gameplay. Deshalb lade ich diese ganze alte Scheiße hoch. Ähm, und ja, ich hoffe, es war jetzt nicht so tragisch. Und, ähm, ja, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ähm, morgen gibt's dann, denke ich, ein FAQ-Video. Und, ja, bis dann. Ciao.